Wir beginnen, wie geplant, Punkt 12. Da sind wir also wieder und reden über die Juden. Heidler, wir rechnen mit etwa 90 Minuten. Setzen wir Maya und ein bisschen weiter weg. Das ist wie beim Kameradschaftsabend. Am Ende geht es immer darum, wer den Hut aufhast. Nur ohne Bier. Schade ein. Die Gesamtlösung der Judenfrage ist nämlich genau das. Die Endlösung der Judenfrage. Und wie groß sind die großen Maßnahmen? Wir reden über 11 Billionen. Mit Verlaub, Sie sprechen von sämtlichen Juden Europas. Zein Yiginas. Evakuierung der Juden nach dem Ostengetreten. Woher damit? Arbeit wird's gelogen. Zu wissen, dass wir alles getan haben, was menschenmöglich ist. Die Juden zuerst. Das war so. Wir machen alles noch. Fürstel. Davon können Sie noch Ihren Enkeln erzählen, meine Herren. Wer kann schon von sich behaupten, Weltgeschichte hautnah mit Erdicht zu haben? Ich würde sagen, mitgestaltet. Fürstel. Das ist ein Wettbewerb für den Wettbewerb. Friedlich.